Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ihr Lieben, habt ihr das neue Chapter schon gespielt? Ja, seit Dienstag ist das neue Chapter draußen. Resident Evil. Ich habe gelesen... Hier geht es gar nicht durch. Wie teuer das Chapter sein soll. Und ich weiß auch nicht mehr, ob ich euch im letzten Video gesagt habe... Hallo, Zerina. Äh, du bloggst mich. Ob ich euch im letzten Video gesagt habe, dass wir heute hier im neuen Chapter spielen. Ich weiß es nicht mehr, denn ich habe seit zwei Wochen nicht mehr gespielt. Aber kurzum, habt ihr denn wenigstens das neue Chapter schon gespielt? Den Preis, den ich gelesen habe... Also wir haben heute den 12.6. Das Chapter ist noch nicht draußen. Ich habe aber einen Preis gelesen. War ein bisschen geschockt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was das Chapter letztendlich gekostet hat. Ich werde mir das Chapter eventuell über eine andere Seite holen, wo es günstiger ist. Ich weiß es aber noch nicht. Also ich kann euch noch nicht sagen, wann wir denn hier Videos vom neuen Chapter sehen werden. Weil ich terminbedingt ein bisschen im Voraus wieder aufnehmen muss. Ich wollte eigentlich sehr aktuell für euch heute diese Folge zeigen. Mit bestenfalls der neuen Map oder dem neuen Killer. Aber es geht leider nicht. Deswegen müssen wir uns hier auf dem Kanal noch ein bisschen gedulden, was den neuen Content angeht. Ich dachte, sie dürfen wir es retten. Okay, es wurde gewettet. Nice! Ich weiß nicht, ob der Killer vielleicht... Ja, Killer kämpft. Es wurde direkt Yui verletzt. Ich nutze die Runde übrigens auch, um mich wieder ein bisschen einzuspielen, wie gesagt. Ich habe zwei Wochen gar nicht gespielt. Ich muss erst mal wieder reinkommen jetzt hier. Tunnelt auch noch weg, die Leute, ne? Ich habe auch quasi... Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die letzten Tage, bis gestern, lief wieder mal ein Test von DVD bezüglich des Skill-Based Matchmakings. Den Test habe ich komplett ausgelassen quasi, wie auch damals schon den ersten, weil ich in der Zeit einfach nicht gespielt habe. Aber wenn ihr dieses Video seht, gibt es eventuell ja sogar schon News dazu, wann dieses neue Matchmaking implementiert wird. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel zugehört, wie die Meinung so vielleicht unter den Streamern ist. Ich bin da aktuell ein bisschen raus, aber gut, wenn das kommt, dann kommt es halt, ne? Wir können es ja nicht beeinflussen. Und ich glaube, die machen gute Tests, dass das am Ende des Tages auch ordentlich wird. Wo sind die Verletzte? Ja, da hat gerade jemand rumgeheult. Wir tun mal so, als wären wir da lang gelaufen. Wir machen den Generator jetzt nicht, weil... Das Problem ist, sie zwängt uns hier hinter auf die Map-Hälfte, weil sie immer dort hinten die Leute holt. Und dann hat sie uns am Ende noch so weit, dass wir drei Generatoren hinten am Silo haben. Nein! Mach das doch nicht! Äh, klar. Leider keine geliehene Zeit. Und wieder weggetunnelt. Es ist... Es ist traurig. Es ist sehr traurig. Sie spielt eine Spirit. Sie braucht ein bisschen Übung, ja, aber... Es heißt trotzdem nicht, dass wenn ich gerade noch nicht so gut bin, dass ich die Leute wegtunnel. Und was hat sie gemacht? Warum stand sie da? Lag ja in der Palette und sie wollte die Palette ziehen. Und sie... Oh, sie ist auf... Oh, wir sind das Volk aufgehoben und es hat überhaupt nichts gebracht, dass sie direkt wieder umgehauen wurde. Oh, Leute, was macht ihr? Okay, sie haben aufgegeben. Sie haben keinen Bock mehr. Ähm... Na gut, jetzt wird sie campen. Ich hab keine geliehene Zeit. Ich hab keine geliehene Zeit. Wieder zum Verletzten, meine ich. Oh, boy. Kann ich noch irgendwie helfen? Kann ich irgendwie einen Hit tanken? Ich weiß es nicht. Es hilft am Ende auch nicht weiter. Uff. See you. Sie hat hier sogar noch einen verteufelten Boden. Ah! 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 Eigentlich muss ich weg hier vom Keller. Wenn ich im Keller bin, kommt sie mich definitiv nicht mehr retten. Ah! 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 Oh Gott! Ah! Ah! Was? Lohn heilen, oder nicht? Für mich selber heilen. Upsi! Jetzt auch Strider, glaube ich. Und sie ist recht laut. Ah, schlappiger Schlachter ist auch dabei, sehe ich jetzt. Ah, Nourish is calling! Hadegude, ja gut. Sie kam gar nicht zu mir! Ist ja auch nicht so, als hätte ich unbeugsam dabei. Och, Lee, das war so logisch, dass das verteufelter Boden ist. Ich meine, du bist eh born here, aber wie doof war das denn? Ja, gut. Übrigens, ja, ich sag immer Lee zu ihr, auch wenn sie... Jun, Jin, äh, nein, der Kinder kommt! Cool. Interessanter Hit. Oh, okay. Ähm... Sagen wir mal, nix weiter zu dem Killer. Ja, da hat jetzt zwei Leute rausgetunnelt, würde ich es nennen. Ja, gut, dann waren wir zu zweit. Und dann sind wir halt immer auf einem Fleck rumgerannt, was... Wenn man zu zweit ist, sollte man sich eigentlich immer aufteilen. Weil sonst, wenn er den einen hat, hat er den anderen direkt mit, der Killer. Und das ist halt eigentlich schlecht. Aber gut. Das war meine erste Runde nach zwei Wochen. Gab schon bessere. Aber wir gucken mal, wie es am Samstag läuft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns bis dahin. Macht's gut. Bye, bye. Adieu. Tschüss. 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 Tschüss.